Wir melden uns hier aus dem Adora, haben die erste Nacht hinter uns und heute bei klapperkalten 0 Grad sind wir aufgestanden, sind auf den Balkon gegangen. Stefan, ihr habt im gestrigen Tag ja schon die ersten auch meteorologischen Eindrücke hier von diesem Hotel erfahren und gelernt. Wie ist das Befinden? Also es ist knackig kalt hier draußen, aber auf dem Platz war alles okay. Verhältnisse sind top. Das Hotel ist einfach, aber sauber und absolut ausreichend. Wir sind ja hier nicht zum Wellnessurlaub, sondern wir wollen arbeiten und dafür ist alles gut. Heute gibt es das erste Spiel gegen Werder Bremen. Gleich schon am fünften Tag der Trainingswoche der Neuen im neuen Jahr. Ist der Gegner nicht ein Stück weit zu stark, zu groß für euch? Naja, es geht ja jetzt nicht um Ergebnisse, sondern mehr um Erkenntnisse und es geht um Ausbildung der körperlichen Voraussetzungen. Dafür ist ein Bundesliges super, weil du oft hinterherlaufen musst wahrscheinlich und dich nicht ausruhen kannst und viele schnelle Läufe hast. Alles das, was wir für unser Spiel dann nachher auch brauchen. Deswegen ist das eine gute Trainingseinheit. Dann wünschen wir viel Glück und hören uns dann danach mit hoffentlich auch gutem Resultat.